Dieser Film beschäftigt sich mit dem größten gemeinsamen Teiler und dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen zweier Zahlen. Erinnern wir uns an die Bruchrechnung. Wir wollen zwei Brüche addieren. Solange die Brüche gleich heißen, weil sie denselben Nenner haben, ist das kein Problem. Wenn sie aber verschiedene Nenner haben, müssen wir sie so lange erweitern, bis sie, wie es mathematisch richtig heißt, gleichnamig sind. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen différents, die auf die Welt eines Teams verweammeln. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben des Beimodern. Die inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen 500-8-5-85-6-14-25-80-22-11-19-2019. Untertitelung des ZDF, 2020